Wisst ihr? Wenn Leute mich fragen, warum ich eigentlich GTA zocke, dann zeige ich euch mal hier mal ein paar Gründe warum. Oh, shit. Ein paar Sekunden später. Digga, warum stirbt der nicht, alter? Was ist mit dir los? Machen wir das so. Ja, Mann, Bruder, bei dir? Ja, korrekt. Machst du hochdrücken? Was zum Ding? Gehst du hochdrücken? Ja, genau. Hochdrücken? Hochdrücken? 140. Ach, du hast mich grad getötet. Tötest du mich? Hab ich nicht getötet. Du hast mich getötet, du Hut. Hör doch mal auf, Digga, weil du... Ich fick deinen Onkel. Hör auf mich zu töten. Kann man nicht mehr in Ruhe sich ein Auto kaufen? Chief Chanone. Blöd, Mann. Digga, will er mich verarschen? Ich töte dich mit Pistole, du Lauch. Was ist das für ein Lanzmann? Was ist das für ein Lanzmann? Was ist das für ein Lanzmann? Ich bin ein Italiener. Ich bin ein Italiener. Du kleiner Fichter. Sei mal ehrlich. Woher kommst du? Du Pisser. Ich sag's dir. Wenn ich dich kriege, hast du ein Problem. Du weißt auch, wer ich bin, boah. Sorry, Digga. Was ist mit dir los, Mann? Ich bin ein Italiener. Ja, das bist du. Ist doch egal, wie alt ist. Was ist los mit dir? Ist doch egal, wie alt ist. Du redest, aber du hast keine Einheit. Sag doch, wo du herkommst. Ist doch egal, wo ich herkomm. Ich hab doch gesagt, NRW reich für dich, Habibi. Ich hab dir NRW am Nacken. Ich dreh durch am Nacken. Verdammt, das war nicht mein Plan. Hau rein, Brudi. Bruder, ich hab nur Granaten. Von mir aus fick ich dich mit Granaten. Oh, du bist ein Idiot. Mister Game Toast. Und dann ein bisschen Aufländer. Und dann mein Schontes im Aufländer. Und dann ein bisschen das Kitterwerk. Werd man nicht. Freisch reich langsam. Ey, ich setz mal meine Hales auf. Dann hast du die Arschkarte. Warum hab ich die Arschkarte? Ja, du hast mich abgeknallt. Also du bist jetzt die Jagd, mein Freund. Bruder, das ist GTA. Was ist mit dir los, Mann? Entschuldige es meinen ganzen Kollegen. Hol deine Cousins. Kein Problem. Bist du der Einzige hier mit Mikrofon? Ja, anscheinend. Das will doch andere Leute hier reden, oder nicht, Habibi? Keine Ahnung, die meisten haben Schiff wahrscheinlich. Ja, die hören die maskuline Stimme in mir und haben Angst vor Respekt, weißt du? Oh, Bra, ey, der ist breit, ja. Mit Goldzahn und 5XL-Mantel, Junge. Genau. Ah, noch einer. Wie, noch einer? Was glaubst du? Warst du das auch, oder was? War noch zwei, nicht? Hat noch ein anderer was gesagt? Das mit genau? Ja. Das war ich. Genau. Ach, das warst du. Da hat sich deine Stimme nicht so breit angehört, Junge. Hey. Wer redet denn da? Wer redet denn da? Ja, so keiner, so keiner Pisser, Dinger. Halt die Fresse. Alter, sag mal, deine Mama, dass du in die Bett kommst. Hey, ey, 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 kleines Kind, was los mit dir? Halt die Fresse. Du bist ja voll frech, Dinger, was mit dir los. Ja, komm doch. Komm und run auf meiner Yacht oder in einem von meinen beiden Lawriders. I'm in a Korean. Voll cool, Dinger. Weißt du, was das bedeutet? Ja, weißt du, was das bedeutet? Ja, nimm damit mit. Ey, du Giftzwerg. Weißt du, was du das bedeut... Weißt du, was du... Digga, ich kann kein Deutsch. Weißt du, was das bedeutet? Ja, weiß ich. Ja, was heißt es denn? Ja, was heißt es denn? Du Stoppschild, sag doch jetzt. Ey, diese kleinen Kinder sind mir am liebsten in GTA, ne? Die haben eine richtig große Fresse. Hast du jetzt rausgefunden, was das heißt, Junge? Ja. Was heißt es denn? Dass ich deine Mutter gebankt habe. Alles klar. Jeden Tag. Alter, mit elf Jahren kommt bei dir noch gar nichts raus, du kleiner Striche. Ja, willst du, dass ich die Videos schicken, oder was du schmuchtelst? Digga, noch schlimmer ist, dass du Videos aufnimmst, Alter. Das ist noch schlimmer. Ja, du bist wirklich schwul, du kleiner Rotz-Junge, ey. Oh ja, ich bin schwul, Digga. Alter, drei Haare am Sack. Drei Haare am Sack. Drei Haare am Sack. Und schon Welle schieben. So, du kleiner Internet-Rambo, du. Was hast du so eine große Fresse? Jetzt mal ehrlich. Warum? Warum hast du so eine große Fresse im Internet? Wer fickt dich? Dass du Leute beleidigst im Internet, Mann. Nenn mir einen Grund. Ich hab auch in echt so eine große Fresse. Digga, hast du deine Perle im Hintergrund? Nee, ich bin's nicht. Hä? Hast du deine Perle im Hintergrund? Nein, das ist eine Freundin. Digga, bummst die doch, statt GTA zu zocken. Ah, ich hab doch nicht genug Samen für zwei Bye-bye, Junge. Ich hab doch zwei Frauen hier im Wohnzimmer. Ja, Jackpot. Dreier, Mann. Was ist los mit dir? Ah, da bereich mein Samen nicht. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.